hallo zusammen herzlich kommen zu einem neuen unboxing dieses mal wie ihr sehen könnt ein ganzes display von frame of destruction die special edition zum päckchen selber und zur edition selber gesehen die teamdecks elementarsheber und albtraumwetter werden hier eingeführt und es gibt für einige sachen wie support wie zum beispiel trickster rakete goki mcgregor alt geister weltvermächtnis und einige andere weitere karten so und zum inhalt selber von dem ganzen noch schon hier oben überhaupt drauf super seltene karten varianten auf jeden fall in dem ganzen sind insgesamt 100 verschiedene karten davon 48 kommen 20 höher 14 super 10 uhr 38 secret karten wenn man sie sind mal kurz anschauen jedes fernst jackson special edition enthält drei booster car booster packs von flames of destruction wer hätte es gedacht eine von zwei super karten varianten und eine von zwei super varianten von nicht voll karten aus dem busset sabinetic horizon und ich mache das ganze jetzt mal geschwind auf soviel zum thema geschwind gedacht meine darstellung ein bisschen größer gewesen und sagt okay diese verfolgen ist echt diesmal einiges widerstandsfähiger aber der stelle sei gesagt noch dass wenn ich für karten interessiert die gezeigt werden es wird noch ziemlich viel davon immer auf meinen karten market hochgeladen beziehungsweise bin ich auch dran immer gelegentlich mal ein paar kartentext einfach so wie bei kleinen zeichen rauszauern links dafür soviel zur eigenwerbung schauen wir noch mal um das kannst du aufmachen das wunderschön hinten reinklappen da ist doch gerade die kammer etwas zu groß dafür wie sehen könnt zehn wunderschöne verpackungen und ich würde mal sagen die packe ich jetzt mal kurz nachher nach aus und wir sehen uns gleich wieder wenn ich das gemacht habe so ich habe es alles mal ausgepackt wir um sehen könnt so ein bisschen am rande sind die ganz facts insgesamt 30 stück davon und hier nebendran jeweils immer die spezialkarten dazu darum jetzt mal zwei stück aufmachen und zwar haben wir hier insgesamt gibt es vier special karten die man hier bekommen kann ganz vorsichtig da hätten wir zum einen naja kommt fokussiere kann man fokussiere munien gleis der elementar herrscher eine see schlange die äußerst beendung ausschaut ich muss gerade zweimal hingucken um zu sehen dass hier ungefähr sein gesicht ist und wir haben noch den sogenannten universal adapter wieder auf monster das den gegner kontrolliert die adk alle anderen monster die sich derzeit auf dem spielfeld finden werden bis zum ende dieses spiel zugleich dient der zeigen adk dieses monsters interessant und als nur grund die ganzen batterie menschen was ich eine wirklich lustige idee finde so das waren die 12 kommen wir zum anderen paket dort haben wir dann na komm ich weiß du möchtest das ist es auch muss bloß die richtige jetzt hat es gefunden grand du sie der elementar herrscher ich muss sagen dann ist auch elementarisch aber ihn hier ist der von der bombe aus ungeheuer krieger ich weiß ich bei seintigen film können wir sogar annehmen dass er irgendwie kanonen rausschießen kann und die vierte karte im bunte ist erinnerung des weltvermächtnisses spürung von meckrittern ich muss sagen von diesen vier stück allein ist mal die ganz egal abgesehen von effekten finde ich einfach schaut eher bombastisch aus ich habe schon auch welche die sagen mit gefällt der er aber mein persönlicher die blick ist jetzt nur diesen vier karten die weg der vom aussehen her wie gesagt so der rest von den anderen bleiben soweit zu denn es sind ja die gleichen immer von spezial so jetzt gucken wir mal schauen wir doch mal was wir ziehen werden das was ich auf jeden fall möchte sind winkel beziehungsweise weltvermächtnis und ich würde man auch behaupten albtraum wieder und es gibt noch eine schatten paar schatten puppen karte genauso wie wenn schrecken kann das wäre jetzt gerade so ein bisschen meine lieblinge wenn man die ziehen könnten da hätte ich überhaupt nichts dagegen einzuwenden so was man hier den guck die oktodenum komisch aus dem an wiedereinsetzung der monachen dann haben wir moment der defrag drache gefällt mir das bildchen die trickster licht arena fettzauber karte als unsere seltene hier bei uns unsere seltene die konkreten darüber halbtraum ritter zerberus anschauen halbtraum ritter schöne karte so und in secret es gibt zwei verschiedene werfen im pick zwei wer ist ok ich sehe es falsch gesehen habe und hier haben wir dann super genau das war das nächste kommt auch mal hier hin der links streamer mit der dinge funktioniert boton klein und süß altgeist pixel und blumen katja mond blumen betrachtung schönes bildchen wirklich schönes bildchen an sich die blumenkarten gefallen werden sich dann so gute job gemacht haben wirklich gute job macht kann man nichts gegen sagen so fokussiere dann geht es weiter mit dem vom ton mit richtung verderbnis des weltvermächtnisses raum isolator meckreter afram unsere selten ist cool trickster delphi und unsere super wehr auf die 10 meister wartung auch die sind doch kaltig die sind noch gott gerade einmal richtig kaputt der braucht wirklich war hat und der kleine und auch noch weiter tricks da alle raune tricks sind wir uns hier drin wenn schrecken evolution wie gesagt mit schrecken war ich ja trance vertrauter warum kommt ihr habt sie aber ich gerade sagen so bisschen psychisch vor da ist es im ziel richtig gut aufgehoben ja diese auf die 10 meister wartung der fährst nicht ich glaube ich muss mir die an sich mal die auf die monster mal anschauen ob die also knuffig sind so magic tor frische schwester torte es ist schön das gefällt mir sowas die uhrkatze wenn schon denn schon wenn schrecken albtraum ja mit schrecken erzählt mir das trickster bank hat und als unsere warte mal das ist super das elementar training als elementar schon in sektor mini motto gut begrenzen den drachen becken und die boykott wollte die arme kurz vorm heuen und ist eine pflanze ein schaf als pflanze ich hätte jetzt eigentlich eher als als biest eingestuft aber okay gut dann ist ja das pflanze so warum ich merke das ist aufgröße ist gleich wie so schade aufgröße sind wir gleich ich habe extra gemacht kai den kendo geist wieder für sich wird sich herausfordern fa unentschieden oh ja elementarsilbe manu die wir schon die ganze zeit mal sehen hat er der brenn der hat eine fette brennende axt um je cool dann fa gewinner als unsere seltene und als unsere super seltene wucki der meister roger für gucki monster gut du kommst hier rüber super habe ich gesagt war schon richtig die trickster blüte knuffig elementarsilbe einer schildträgerin ob die die kraft hat ist schön überhaupt durch die gegend zu tragen ich weiß ja nicht alter alter geist pixel kann man von vorhin und proton rot und der kleine kleine süße proton vorsichtig unterwegs karten soll ja wenn wirklich überhaupt gar nichts passieren alle taufrisch bleiben so wenn haben wir denn hier wieder einsetzung der monachen wo ich habe nach entdeckt dafür sind die richtig gut die karten marke drei tollen die trolle ok warum nicht altgeist kido egal hat er verdient für und das enthalten hat den zwischengelenk noch mal komisch aus aber cool aber cool also selten der kampf der weltvermächtnisse und dann haben wir auch guck mal noch mal den aufzieht sein meister wartung als unsere superware variante und zwei süße dann alter geist im mulat elf hast du gehen wir schon die mondblom betrachterin und noch mal den in sektor habe ich schon was gesagt da muss ich mich 500 mal wiederholen kann man das hier auch ein bisschen schneller veranstalten so oder dann haben wir mächtververderbnis des weltvermächtnisses schattengruppe konstrukt noch mal die schwestern total cool als seltene sicherungs operatoren hat die ihren fliegen stuhl ordentlich auch gern bin ich auch gern und als unsere du bist du bist oder der alttraumritter goblin haben wir schon ein paar spielen gesehen der ist nicht schlecht nicht von hand zu weisen und den zu haben tricks der alb raune traum des weltvermächtnisses und kristallgrundgabe und kotbegrenzer mehr als zufrieden mehr als zufrieden was habe ich aber noch gesehen an karten haben möchte eigentlich aber genau es gibt noch ein ein hauptweltvermächtnis eine monsterkarte vom weltvermächtnis ich glaube der speer war es wenn ich mich nicht irre bis ich nachher noch mal nachgucken er war unterschieden dann tricks dann nachtschatten wiedereinsetzung der monachen wenn schrecken albtraum also seltene das tricks der bank hat und wir haben wir als unsere super red elementarsäbe la paulia mana das schwert schaut episch aus das schwert schaut mehr als das episch aus einmal albtraum weltvermächtnis noch ein paar drehen mal so lag ich aber ganz schön grimmig aus der höhe und ja gott ja die roh ein dringling mit dem möchte ich mich nicht anlegen mit dem möchte mich gar nicht anlegen überhaupt nicht allein bei dem sein gesichtsausdruck schon hoch ich merke gerade die versicherung von dem paket ist wesentlich besser gewesen als vom anderen oder an sich die versiegelung gerade überall etwas etwas hartnäckiger als bei den anderen text ich momentan auch gemacht habe so hallo kleine tricks da und du bist zwar die tricks da nachtschatten finde ich finde es auch schön dass sie so eine umrandung hier haben die so aus als wäre es so ein bild in der richtung und sagt hier kommt noch ein bisschen verziehung drumherum machen die uhr katze ist diskutieren wenn schrecken albtraum um thron und also seltene haben wir f a tagesanbruch dragster alles vom formel 1 rennen abgekupfelt in der richtung nur rennstrecke und so was und wir haben als unsere super ja den albtraum wird der zerbarus hatten wir schon mal aber nichts ist so eine schöne karte gefällt mir und die ist hier finde ich knuffig element hat es ja einfach nur knuffig den drachenbecken und schrecken tagesanbruch gab das in lauter wenn schrecken karten hier drin die ich momentan noch nicht habe ich noch nicht habe beim karpack nämlich mal ein paar gekauft weil ich mir gedacht habe dass man schrecken der gefällt mir aber die sind soweit verteilt da besorge ich mir an sich so direkt ein paar karten aber ich war habe ich ja gleich gedacht um wenn man es ja auch ein paar drin vielleicht habe ich ja glück und bekommen welche kann man es auch wieder da vom graber beruf gerufen keinen kennengeler ist drei droge gedrolle dann schrecken anima anima ist super z ja anima und wir haben hier als super elementarsäbel la paula das habe ich auch laut hallo das ist gar nicht laut paula man aber auch die nächste form von ihm hier ok 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 habe verstanden somit auch darin als pixel und die konklave ich finde es einfach nicht mal so süß was sie an bilden haben manchmal wirklich epische wie zum beispiel diese elementarsäbel von gerade eben noch manchmal einfach nur so ja ruhig hier nicht einfach mal ein paar ulkige karten ein bisschen bei auch zimmer wo ich jetzt überall ich so richtig gemacht habe man mag hier drei droge und rolle die drogen ziemlich viel den winkel dreifaltigkeit habe ich jetzt auch nicht gehört aber die schaut man merklich aus dann etwa überhitzung als unsere seltene und als unsere super seltene regenbogen nicht brechung für regenbogen drachen ich auch mal gezogen altgeist immolat immolat elf jetzt dankeschön der proton wieder links dreamer und raven schrecken evolution ich bin toll dass ich auch immer so ein bisschen vorbild nehmen ans manche sachen weil ich glaube raven schrecken müsste eigentlich so ein bisschen resident evil mäßig sein also gerade die normalen monster und ich glaube das erste links monster was raus kam das schaut mir ganz ganz arg bis nach spawn aus ich hoffe der hieß jetzt auch so comic held oder böse erwicht je nachdem wie man es einstufen möchte die agonen ende der raum isolator ok okto dehnung gesagt ich bin immer noch komisch im tal siebe malo hallöchen soll es unsere seltene trickstatt nicht arena und als unsere super seiten haben wir der rote neustart nicht schlecht dann die evolution ist ein paar mal bekommen solar und cyber samka zyklon cyber monster ja da muss ich mir auch mal mit anfangen ich glaube es hat mal geheißen dass ich sagen wir uns so ein bisschen sind gerade wie die trick wie die künstler kumpel die sind am anfang da gewesen als erste aber sind ja ich glaube nicht so populär dass ich mal ich finde sie süß aber ich habe es auch effektiv nicht irgendwie groß habe ich irgendeinem deck oder sonst irgendwas drinnen ich habe sie eher so hat zum anschauen da sagen wir mal so wie einsetzung der monachen der defrag drache prompt um der kristallhüte uja gut aus damals unsere seltene der wälder schreck hänker und ist das denn das war nicht der uhr nach spawner schaut und wir haben als unsere super seltene elementarsäbel la paula und blumen betrachtung so in der richtung gucki bernum armung weiterer gucki krieger die cookies sind jetzt muss ich mal kurz gucken cookies haben keine verteidigung cookies sind auf angriff ausgelegt und nicht auf verteidigung sowieso schaut weil ich mir denke es gibt auch viele monster und auch die dekulation die wirklich auch auf verteidigung basieren und wie zum beispiel die super starken samurai sind glaube ich die können aus der verteidigung an aus der verteidigung aus angreifen so rum ist richtig so die schwester tor der defrag drache und und ende was neues als große als seltene die groß fliege mächtig mächtig und wir haben wir als unsere mit das ist nicht super das war das ist die urteile topologische tricks beinahe cyber monster und auch das monster was auf dem pack drauf ist das freut mich immer wenn ich das monster was auf dem pack drauf ist auch ziehen kann herrlich herrlich so die tross vertrauter die psychokarte aber auch cool tricks da alle raune und wir strecken tagesanbruch die hälfte durch gefördert ich glaube ja wenn ich meine aufnahmezeit so ein bisschen anguckt soll das eigentlich so sein zumindest so weiter geht's nicht die paketchen wir haben hier unser guten keinen winkel dreifaltigkeit die uhrkatze riefen schreck henke noch einmal seltene und als unsere super seiten trinkster produkte und auch wieder hier mit der schönen umrandung dort als wäre es ein bild ich meine ist in dem hier ist es mit also als wäre es wirklich bild mit schönen rahmen drumherum und alles drumherum sei was haben kein cyclone das mag ja ein blickduell ich habe ich die kamera geschlagen das war es wahrscheinlich zu gut so wieder geradeaus gerichtet haben wir wieder gerade ausgerichtet ich glaube mittlerweile müssen ich glaube so gut wie alle karten draus haben wo ich mehr als glich zu über bin und nur so gut wie so gut ob du die großflieger zelten und der weitere albtraum mit auf phoenix stimmt es müssen noch ein paar weitere geben davon ab mit der schöne karten kann eine position trotz vertrauter albtraum weltvermächtnis ist es drumherum schön und der hintergrund drache die man nur im hintergrund findet was nach 100 5 sterne noch zwei geben wenn ich mich jetzt nicht irre jetzt kopiert links noch ein bisschen drin ich glaube es fehlt auch noch ein trickster wenn wir sehen wenn wir sehen verderbnis des weltvermächtnisse trickster nachtschatten altgeist kidolga als seltene und als super die schwarzen als normalen stadt als normal entschuldigung entschuldigung das ist in der kamera das gerade glitzen ausgeschaut aber nein es ist normal drei tollen trolle dann herzlose herzlose herzloses fallen lassen also so seltene und als unsere moment ist das glitzern hintergrund nein das ist noch eine und keine sekundär überhaupt schön sekundär und muss ich mal muss ich mal kurz gucken welche werden secret wir eigentlich das sind die hätten die da unten gewesen nein wir haben noch keine sekundär bisher gefunden ok weit doch moment mein alter beschädigte die bälle das ist die kür jetzt sie ist jetzt sie ist das ist sie für das haben unsere erste sie hier mitbekommen oder ich glaube ja geil im albtraum ritter muss man bis an kucker wunderschönes design wunderschönes design so du kommst direkt millionen dann haben wir noch als letzte karten den kopf ganzer patriemann solar und in sektor miemann nachher noch mal guckt nicht dass ich vorhin etwas falsch gesagt habe dass wir doch noch eine andere siegte hat und ich habe sie übersehen und sie auszusehen für eine ultra gehalten ich glaube ich glaube nicht die könnte ich auch gerne korrigieren habe ich überhaupt kein problem damit so einmal fokussieren bei die kamera danke der menschrecken albtraum die einsetzung im vernachung standpumpe konstrukt vom grabe gerufen dann erzählt der trickstar delfin die um schön und wir haben auch diese meister als super ja es gab zwei nächsten mal unseren dritten haben jetzt davon und gebärneumarmung umbetrachtung und hintergrund rache es wird langsam lichter da hinten oh schau mal da habe ich sogar noch was vergessen zwischen drin bei so viel päckchen kann ja schon mal sein dass dazwischen dann auch noch mal ein special päckchen zu finden ist der berg links wird immer größer so eva unterschieden meckred afram trickster nachtschatten als unsere seltene fa tagesanbucht extra und als und aber auch als unsere als unsere trickster bella madonna prima madonna aber auch so kristallkonklave trickster blüte menschrecken tagesanbucht und kristallmeister vielleicht haben wir es noch mal also es wird mich ich würde es schön finden wir zumindest noch eine einzige siegüter bekommen könnten das heißt auch noch mal die gleiche und nix dagegen aber eine siegüter würde ich mir jetzt noch wirklich wirklich ziemlich gerne wünschen so der die frakt haben wir hier vom grabe gerufen der gesegnete finsterlord finsterlord manche als selten und wir haben hier als super wäre die goki der meister oder du kommst direkt hier haben es glaubt dreimal ich kleine proton das süße ding alter weltvermächtnis und gebär unarmung und kristall beim letzten aber auch genau gleich das ist genau gleich raus ok das licht mal genauer aufpassen ob das wirklich irgendwie ein system dahinter ist dass die immer wieder gleich hinten rauskommen komm es da auch ein bisserl gergorenes ende kristallhüter altgeist mannacki dann hooke gesinnungswandlung als unsere seltene und also eine super seltene der rote neustart dikstall braune link streamer und kotbegrenzer zu den karten haben wir jetzt zum großteil schon gesagt außer google gesinnungswandel aber rucki garten sind so recht wo ich mir denke nicht ganz mein fall treffen nicht so ganz mein geschmack an ist aber hier zum beispiel schattenbomben ich bin noch ganz langsam zu dir so ich habe wo wir konstrukt kristallhüter wird er wieder wiedergeburt der wiedergeburt cool stumm ist es hieschen pferd ganz langes felsen hausen 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 pferd reitet süßes ding süßes ding menschrecken anima als seltene und als super seltene elementar sepidupa mann oder ist sie überhaupt 25 moment müssen gerade mal gucken 25 ist super ist noch super wer gilt als super wer genau weil die schrift nicht glitzern ist jetzt habe ich es gegen die eindringling altgeist pixel und batterie mann solar ich glaube bis dato hatten die batterie männer auch lange zeit nichts mehr unterstützung und das ist auch etwas was ich super finde dass man selbst nach jahren das mache ich ruhig nach ziemlich vielen lang das jugeo oder konami besser gesagt ein der monster wieder aufgreift und daraus themen macht oder einfach themen erweiterung macht indem sie da ein zwei weitere monster im laufe eines jahres in einem display wieder unterkriegen und dann eine boosterseer sagen wir mal so die urkatze raumisolator der malo wieder die gute trickster defium als seltene und als das ist jetzt aber jetzt haben wir wohl netzwerk fallgruppe als ulteria du kommst hier rüber hin dankeschön die trickster blüte in sektor minamante und der hinderkontrache das ist aber ziemlich viele karten auch schon dreimal ein gutes playset auf jeden fall nicht verkehrt zu haben wenn man entsprechend die monster auch so einsetzen möchte in mindex gibt es ziemlich oft drei ersatz was aber ich jetzt mal bei den meisten so der fall sein könnte sollte jetzt hat er meine karte erkannt die wiedergeburt der wiedergeburt der kaiten und als seltener mal erwachen des weltvermächtnisses und dazu wir haben ohne haben noch gar nicht die gradierung sprenger bei den handartigen wesen dingen bohr und bohrer sind sie sollen ich habe lieber normale hände als pixel cyber zoom care cyber super zyklon gucky perne umarmung und altgeist e-mullad elf erst da dass man es auch richtig zu ende aussprechen okay da geht das päckchen das hat sich so stark geweigert dass ich einmal komplett in der hälfte zerrissen habe von hinten anfangen raum isolator und grab gerufen stimmte herz hieschen pferd wenn schrecken albtraum dann der hänker und als unsere super seltene trickster rot oder der trickster wunderbar einer süße wie immer so da mann batterie mann in der richtung ja die roe eindringen finde ich immer noch anzuschauen herzen karten zeit bei mir an das sieg hätte ich noch lieben gerne so geht's doch die doiga nachtschatten der meckreder mir erzählen und ich aber noch nicht feuerlöschen der darumbapuppe ok warum nicht und artig kann man doch schon super seltene aufzieht sein meister wartung und roten hintergrundtache trickster und menschrecken tagesanbucht hier hatten wir auch in einer ähnlichen reihenfolge schon mal die hatten wir also es gibt wenn man behaupten da ist doch ein gewisses muster dahinter da ist nicht mehr zufall mit dabei das ist ein gewisses muster so der die frakt rache gab gerufen haben wir ziemlich viel davon meckreder sinkt wieder teilfaltigkeit als seltene noch ein hänker ok und als unsere super seltene link gebunden wie ein linkmonster du kontrollierst ok muss man nach einmal durchgehen altgeist emulat 11 menschrecken tagesanbruch und das blick durch wir haben wir noch vier vier so gut wie fertig ok draußen schiebt sich gerade eine wolke vor den himmel ich hoffe dass die aufnahmen jetzt nicht zu dunkel machen aber manchmal ist eh so dass man dass die echte auch noch ein bisschen aufhängen kann beziehungsweise hier schon ein bisschen nach oben jagen sollte auch ein bisschen helfen mit dem licht hier so kristallhüter kidolika konstrukt dann haben wir ja das war ich durch die ganze zeit weltvermächtnis welt lanze ich finde diese weltvermächtnis karten einfach nur geil einfach nur geil ok das unsere seltene das finde ich super regenbogen lichtbrenner das ist unsere super seltene also ihr habt nur so selten in dem sinn das heißt nur ja so wäre trost vertrauter rothorn das halte ich mal das drei meister und cybersumkehr zyklon so die letzten drei haben wir das glück das unverschämte glück vielleicht noch eine weitere der sieg wird es zu bekommen bitte 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 wieder der verderbnis der weltvermächtnis dann fa gewinne als seltene und als also selten der bula kristallmeister und trance vertrauter zwei möglichkeiten haben jetzt noch offen zwei kleine möglichkeiten ich meine die chance nachdem wir so viele krex haben soll doch zumindest noch eine zweite mit drin sein ein zweiter ich glaube daran ihr glaubt daran wir glauben alle daran kommt vielleicht hier schon die oktopus kopf definitiv nicht die treibendigkeit magic doll wird vermächtnis weltland seine zweite ok ich habe mich über einige freut aber über zwei freue ich mich sogar noch umso mehr und wir haben hier eine ultra war last elementar herrscher für die elementar monster welche ich mir noch mal durchlesen muss ein drittes viktor man kann nie genug viktor haben die gute blüte einer und den zyklon so hier oben das päckchen auf glück und schauen dass wir hoffentlich hoffentlich und mit ganz viel glück eine siegüte rausbekommen das rubbel muss das glück gebracht haben okay georgon ist georgon ist ende die ganze monarchen verunentschieden momentan okay okay wir haben f a gewinnert zelten und wir haben ja wir haben noch eine weitere siegüter albtraum ritter einhorn ich wusste doch ich wusste auch wenn man nur stark genug dann traubt und ordentlich das paket rubbelt kommt was raus zwei secret wer von betrachtung der eindringen und bernum arm und zwei secret was haben wir hier mal kurz gucken wir sind zwei siegüter wenn die kammer fokussiert wunderbar dann haben wir noch 1 2 3 4 5 6 und jetzt geht's los super besitzen wir 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 stück davon ob ich jetzt alle weiß ich noch nicht aber ich glaube mal ja es gibt nur 14 superwärts und 20 wer es ich glaube die müssten wir eigentlich alle haben sagen wir es mal so ich bin immer noch froh drum jetzt zum schluss zwei wendlanzen heraus bekommen zu haben ich bin nur mehr als glücklich und man schreckt ist natürlich immer genial so nachdem ich jetzt euch die gerade noch so vorhin gezeigt habe sage ich jetzt schon mal ich hoffe viel spaß beim zuschauen und es würde mich freuen wenn ihr beim nächsten opening wieder mit dabei sein könnte bis dato aber macht es gut und wie immer lauter anima